In unserem ersten Video haben wir dir bereits die häufigsten Formen und Ursachen von Inkontinenz bzw. Blasenschwäche erklärt. Heute gibt es fünf konkrete Tipps, was du gegen Blasenschwäche tun kannst. Erster Tipp, nicht ständig auf die Toilette gehen. Gerade wir Frauen neigen ja dazu, immer die beste Freundin aufs WC zu begleiten, obwohl wir selbst gar nicht so wirklich müssen. Das ist keine so gute Idee. Zu häufige Toilettenbesuche können nämlich die Blase schwächen. Wer zu oft auf die Toilette geht, gewöhnt seine Blase nämlich daran, häufiger entleert zu werden. Gleichzeitig schrumpft die Blase in ihrer Größe. Im Extremfall kann das zu einer überaktiven Blase bzw. sogar zu leichter Blasenschwäche führen. In Zeiten von Corona hat sich der Begriff der Homeoffice-Blase etabliert. Das bedeutet, dass man öfter auf die Toilette muss, wenn ein WC gerade in unmittelbarer Nähe ist. Zusammengefasst kann man also sagen, zu häufige WC-Besuche bitte vermeiden. Zweiter Tipp, eine gesunde Blase profitiert auch von einem gesunden Lebensstil. Dazu gehört, nicht zu rauchen, regelmäßige Bewegung und eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Das bedeutet zum Beispiel viel Obst und Gemüse, zum Beispiel besonders gesund sind Kürbiskerne oder auch Paprika bzw. Karotte für deine Blase. Meiden solltest du harntreibende Lebensmittel wie scharfe Gewürze, zum Beispiel Chili. Übrigens, Übergewicht kann Inkontinenz begünstigen. Dritter Tipp, viel trinken. Auf keinen Fall solltest du, wenn du unter Blasenschwäche leidest, weniger trinken. Viele Betroffene neigen ja dazu, wenn sie unter Blasenschwäche leiden, weniger zu trinken. Das kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, deshalb unbedingt darauf achten, ausreichend zu trinken. Vor allem Wasser und ungesüßte Kräutertees. Vierter Tipp, Beckenbodentraining. Aber was ist eigentlich der Beckenboden? Das sind jene Muskeln, die du anspannst, wenn du Wasser lassen musst, aber versuchst den Drang zurückzuhalten. Diese Muskeln sind meistens bei Inkontinenz geschwächt. Die gute Nachricht, man kann den Beckenboden stärken. Zum Beispiel mit dieser Übung. Einfach den Beckenboden kurz anspannen und wieder loslassen. Das mehrfach hintereinander wiederholen und das kannst du auch ganz leicht in deinen Alltag integrieren, zum Beispiel am Weg in die Arbeit. Bei schwerer Inkontinenz helfen oftmals nur Medikamente oder eine Operation. In diesem Fall wende dich bitte an den Urologen bzw. die Urologin deines Vertrauens. Noch ein Tipp zum Schluss. Bei Blasenschwäche kann es helfen, die richtigen Produkte im Alltag zu verwenden. In diesem Video verraten wir dir, welche Produkte es für Blasenschwäche gibt, die deine Lebensqualität verbessern können, wie zum Beispiel Inkontinenz Unterwäsche von Selenacare.